So, eigentlich hätte ich gar nicht vor zu filmen, aber heute Morgen zwei Kaffee, beziehungsweise anderthalb, ein groß und ein klein und jetzt eine Runde Suicide, da ich den Boost jetzt frisch bekommen habe. Und ey Leute, der knallt sowas von bösartig, also ich bin voll drauf, jetzt erste Satz Bankdrücken, ich werde heute nur mal ein kleines Trainingsvideo für euch zusammenschneiden, also viel Spaß beim Nachschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.